Hallo Leute! Läuft der Stream? Ich denke, der läuft jetzt wieder. Ähm, ja. Da hat euch was gedacht. Ähm, ja. Ich denke mal, das geht jetzt klar. Wir gehen einfach mal in die Welt rein und schauen, was wir so erreichen. Gut, gut. Also, wir werden jetzt Minecraft Shoutout verbreiten. Was ich sehr feiern werde, definitiv. Genau. Ne, definitiv. Mein Ziel ist, wieder hoch zu gehen und Hi an Lady Chester. Du bist Erster, genau. Nice. Ähm, auf jeden Fall. Wir werden jetzt Minecraft Shoutout machen. Äh, Stream. Äh, nämlich was das ist, das ist, ähm, so. Äh, wer meine vorherigen Videos gesehen hat, der weiß Bescheid, nämlich ich werde. Also, mein letztes Video gesehen hat, der weiß Bescheid. Äh, ja, Lady Chester, das geht jetzt im Moment gar nicht, eigentlich. Ich will mal, ja, und sonst geht's mir gut. Ähm, wollte ich nochmal so anmerken. Ähm, nämlich, äh, der mal die letzten Minecraft Wissen Videos gesehen hat, der weiß Bescheid. Und, äh, ja. Äh, ja, äh, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Was hier abgeht, nämlich, äh, ich werde hier sowas wie bei Arrow, ich kann jetzt hier nichts einblenden, wie beim letzten Video. Nämlich hier bei, wie bei Arrow, werde ich ganz genau die ganze Insel hier sprengen. Ich, ich, ich guck mal, ich guck mal, wie ich das machen soll. Äh, wir gucken mal, wie wir das machen jetzt. Äh, ich weiß nicht, wie wir das hier und so weiter sprengen werden. Irgendwie mit Wasserleitung und und so weiter. Mal gucken im Stream, ob wir irgendwas erreichen. Und nein, wir werden es nicht im Stream sprengen. Leider, in einem Extra-Video. Aber so, eigentlich passt das auch ganz gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir holen uns erstmal TNT, um alles zu platzieren, definitiv. Wie alt bist du? Alter, du weißt, wie alt ich bin. He, 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 he. Äh, wo ist TNT? Hallo, TNT? Irgendwo? Ah, hier, okay, gut. Ähm, Redstone werden wir auch gleich brauchen, definitiv. Ein Schalter wird reichen. So, wir gucken, was er hier... Nochmal. Hä, was nochmal? Hä, what the fuck? Okay. Ähm, ich werde das nämlich so machen, dass wir das TNT nicht sehen werden. Okay, warte, ich brauche erstmal eine bestimmte Strategie. So, wo, von wo fangen wir an? Und ich würde sagen, wir fangen... Nicht mehr. Ja, du weißt, wie alt ich bin. Ich schreib dir das dann in die Kommis einfach. So ein Problem ist das jetzt auch nicht. Ja, ich kenne den Joke. Du machst gerade einen Joke, oder? An Legits? Irgendwie... Machst du gerade einen Joke oder so? Schreib dir das dann jetzt einfach in die Kommis. Ich kann jetzt auch nicht... Ich kann jetzt auch nicht jedes Mal rausgucken hier. Ich muss mein Projekt weiterbauen. Ich kann ja jetzt auch nicht hier ewig irgendwie... Äh, darauf warten. 13 Jahre so ungefähr. So. Du bist, glaube ich, auch 13. Das weiß man ja. 13, 12, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht irgendwas mit Januar oder so ein Datum eben sagen. 12, ja, so 12. Ja, okay. Okay, wir werden nämlich... Ähm, warte, ich mach das ganz mittig hier, damit man das... Oh, ich nehme lieber einen Holzknopf, äh, Klopf, Knopf, ähm, weil man das ja sieht. Ähm, 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 wo ist ein Holzknopf? Also... Boah, ich muss die ewig suchen, gell? Ähm, ich nehme lieber Knöpfe als... Ähm, ne? Ihr wisst Bescheid. Okay, du bist 12, ja, genau. So, okay. So, weil irgendwann muss ich ja irgendwie fertig werden. Und ich nehme keinen Druckplatten, weil ich aus Versehen hier drüber gehe und dann die ganze Welt gesprengt wird. Und ich habe jetzt gerade kein Backup gemacht, also... Das werde ich auch nicht jetzt machen. So, erstmal zur Insel rüberleiten. So, easy. Oh, fuck! Wie, so ist das denn so dünn? Shit! Okay. Ähm... Ja, ich hoffe mal, dass es funktioniert. So sollte es doch definitiv funktionieren. So, dann werden wir einfach mal auf jeden Fall dran. Weiter machen. Oh, ach ja, hier hat ich ja schon platziert. Wisst ihr mal? Fragezeichen. Richtig, Fragezeichen, was? Wieso Fragezeichen? Okay. Ähm, ich verstehe dich nicht, André. Ich verstehe dich echt nicht. Okay. Ähm, so ungefähr, wenn ich das machen... Ne, die Leitung ist zu lang, oder? Oder ist die zu lang? Schaut mal, ob die zu lang ist. Und die Leitung. Ich meine jetzt nicht... Okay. Das... Okay. Okay. Thema wechseln, weil... Nein, ich meine das nicht zweideutig, Leute. Oder... Nein, okay. Ich glaube, man hat es jetzt falsch gemeint. Falsch verstanden irgendwie. Ja, okay. Thema wechseln. Und... Und wie geht es euch so? Ja, okay. Nein, 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 nein. Okay. Okay, keiner... Keine Antwort ist auch eine Und. Das heißt ja. Okay. Okay. Ich mache mal Platz hier mit Command Block. Das brauche ich jetzt im Moment nicht. weil du command commands brauchst, dann kann ich dir 1-2 commands geben, also kein Problem, das mag ich ernst, ich kann dir echt ein paar commands geben, also falls du ein command brauchst, warte ich zeig dir einfach mal ein command, also für alle jetzt, ich zeig euch einfach mal ein command, der ziemlich geil ist, hier seht ihr hier die pressure plate, vielleicht hast du mal ein Video gesehen an Lichester, vielleicht hast du mal ein Video gesehen, aber jetzt nochmal für alle, was, was, mir geht's, ist schlecht, und dir, mir geht's so, mir geht's, geht's so, mir geht's, geht's so, ne, ich hab hier 2 command blocks aufgestellt, nämlich der eine command block ist mit effect slow this, damit wir einen slowest effect kriegen, wenn wir über die treasure plate gehen, und noch einmal ein effect, äh, summon evacuation tank, das sind diese, falls du die vom neuen, äh, patch kennst, die, diese Magier, diese neuen Magier, die solche Stacheln auswerfen irgendwie, weil ich kann die Magier mal holen ganz schnell, damit ich dir das auch gut erklären kann, ähm, 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 wo sind die, hier, ne, so, die Magier, weil das ist jetzt im Moment echt wichtig, nein, eigentlich nicht, ja, okay, okay, Magier, ja, hier sind die, die ich brauche, ich bin, dass ich im überleben, wo das, ne, ja, egal, ähm, hör, was, zucke am PC Minecraft, okay, ja, du kannst dir den command einfach abgucken, ne, ich, aber, ne, mal, den, äh, den, kommt, da kommt hier so eine Falle, ja, falls du das jetzt, äh, abgucken willst, kannst du jetzt direkt eigentlich machen, geh in deines Survival-Welt, du guckst ab, du kannst ja gerade im Moment machen, wenn du am PC Minecraft zockst, ich meine, sieht ganz gut aus, boah, jetzt habe ich diesen Kack-Slowness-Effekt, ich habe dir gerade gezeigt, wie das, warte, ich zeige dir das nochmal, damit du das jetzt, äh, abgucken kannst, ich meine die commands, falls du das jetzt machst, mach das lieber jetzt, so, Effekt at P-Slowness, äh, player, an den nächsten, nächsten Spieler, das, du kannst jetzt auch einfach zurückspulen hier, oder, ich, warte, schreib mal in den Chat, ob du das hast jetzt, den Command, als ob wir hier jetzt sowas machen, hast du, hat der ja geschrieben, zocke auf Servern, ja, okay, kacke, ja, egal, dann kannst du einfach später zurückspulen, äh, so passt das auch, da mache ich einfach mal eine Sache hier weiter, meine, äh, Extortion, äh, ja, die Insel soll dann auf jeden Fall schon mal gesprengt sein, so, dann diese Insel soll auf jeden Fall schon mal weg sein, und ja, brauch den nicht, ja, okay, okay, du brauchst den nicht, hast du jetzt noch was geschrieben, okay, du brauchst den nicht, okay, okay, chill, ähm, ja, das, äh, ja, ich glaube, das ist zu lang, also, das, definitiv, äh, ist der, ist der zu lang, oh, nein, hab ich gerade, ist der zu lang, das, ach, bitte, Zweideutigkeit, jetzt, geh weg, was ist das hier auch in meinen, in meinen Videos hier, okay, keine Ahnung, was ich hier mache, oh, ich denke, das reicht, ich darf jetzt nicht zünden, weil, äh, ich habe gerade hier TNT platziert, und wenn das jetzt hier irgendwie sprengt, äh, ja, dann sind wir tot, so, jetzt werde ich, äh, hier auf jeden Fall noch einmal dieses Ding hier passieren, dieses Ding, oh, bitte, nicht wieder Zweideutigkeit, oh, Gott, please, okay, time to day, machen wir hier, scharf, geh weg, geh weg, oder ich mache auch die Hackbraten, was, oh, jetzt regnet's, oh, jetzt wird's nachts, oh, nein, Dankeschön, so, endlich weg, boah, ihr scharfe, ihr regt nicht echt auf, ich mache jetzt auch aus euch Hackbraten, hast du Bock, vorbeizukommen, äh, und zu essen, ich habe hier gerade ein bisschen Hackbraten gemacht, an Lichester, hast du Bock, hast du Bock, ja, nee, okay, ich glaube, äh, lieber nicht, in welchem Ortsteil wohnst du, also lebst du denn jetzt, so, äh, so, so, eher so Berlin, Köln oder so, checkst du, was ich meine, nicht jetzt genauso an Berlin oder Köln oder so, wohnen jetzt ganz genau, nicht ganz genau, aber, ich stelle jetzt einfach nur eine Frage, mal gucken, ob du sie beantworten willst, ich bin ja ganz gespannt, welches Ding von dir scharf der, oh Gott, ja, kannst du, das wird auch gehen, aber ich meine, jetzt eher den mittleren Bereich, also eher den, ähm, Bauchbereich, okay, also, also, gehen wir mal von dem anderen Bereich da weg, okay, 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 alter, ich sehe schon, das wird eine Schweinearbeit, aber immerhin, ja, ich, ich, ich spiele gerne Minecraft, ich gebe mir einfach mal Nightwish, bitte, da schon, gut, gut und was passiert gerade so bei dir auf dem server anländische was passiert gerade bei dem server also machst du spielst sogar bad wars oder spielst du eher so chilligeren modus jetzt erst mal an ich denke ja als ich heute hier die frage aus wie als zwei die den 1 ja k spielst du die welt ja okay ist ja auch logisch wenn du sie ihn guckst von mir und dann irgendwie bett was oder so spielst das wäre gar nicht gut ich habe jetzt ein anländische chester video gesehen dieser anländische punch oder so so ein schlag hast du da gemacht ziemlich leicht auf jeden fall ziemlich ziemlich leicht kann fast bridge mit diesem mit diesem mit der du hast das auch letztens glaube ich oder dein altes video war das irgendwie wo du eine maus review oder sowas gemacht hast dass du du hast dir so eine maus geholt und du hast dann dein finger so darüber irgendwie geslidet dass da richtig richtig viel geklickt wird verwendest du es dann auch bei fast bridge manchmal ich meine das kann ja logisch äh das ist ja irgendwie logisch dass man das verwendet wenn man aktiviert richtig viele klicks auf einmal irgendwie ich meine warum nicht es ist lange her dass ich mal wieder selber ein live stream hier gemacht habe auf meinem kanal nicht sonst habe ich immer live streams auf den kaufs hier gemacht weil da ist es ja wirklich angebracht live streams auszubringen ach so ne das verwendet das nicht okay alles klar okay du verwendest das nicht okay ach so du verwendest das nicht bei dem äh minecraft modus check so aber ich wo könnte man das denn verwenden ach kacke wir sind hier schon noch wo könnte man das eigentlich verwenden dieses diesen maus glitch teile da keine ahnung wo kann man das eigentlich verwenden so so ganz grob wo könnte man das eigentlich verwenden irgendwie bei solchen klickerspielen vielleicht kennt das jemand solche solche klickerspiele wo man richtig oft klicken muss mit der maus da könnte man das da ja eventuell verwenden ähm wenn man ja so viel so oft klickt ich meine die könnte ja sein hab restart gemacht nur drei videos hey als ob wieso ja ich sehe das bei deinem kanal manchmal echt so du nimmst irgendwelche videos auf ich gehe auf den kanal zurück die sind einfach weg what the fuck oder bei den livestreams die machst du ja auch immer weg ich kann dann nicht nachgucken irgendwie äh wie das äh was du da gemacht hast oder so eigentlich würde ich mir gern die anderen hast du die auf privat gestellt oder so ich denke du hast die schon auf privat gestellt oder das kann ich ja bei bf monwork nonwork machen ach so ich das ist glaube ich irgendein spiel keine ahnung ich kenne das nicht okay jedenfalls du kannst es vielleicht ein der ok nann das das ja dann äh anderen kanal auch schon aufgemacht denn ich mache für euch in trotzkanal den kann man für mich sogar ganz äh ok das ist ganz gut eigentlich also bringt er halt hauptsächlich so intros daraus was auch dein name ist also jetzt ne ich glaube so viel tnt reicht schon ich muss das jetzt alles nur noch füllen und dann okay so lange nacht sich geht aus du spielst ja gerade auch minecraft oder ich denke ja ich lösche die streams ach so weil ah ja ok die streams löscht du immer also ach so kann man das etwa so einstellen dass wenn du wenn die streams fertig sind dass die dann gelöscht werden automatisch halt nicht automatisch aber dass die halt dann nicht mehr gesehen werden kann man ja glaube ich sogar so machen also also soweit ich soweit ich es kenne mit den streams kann man das so machen eigentlich und ich rede hier gerade kein deutsch sondern das ist irgendwas anderes glaube ich ähm ja ein alpaca oh das ist kein alpaca ein lama ist das ja ich streame gerade ok diese insel sollte dann mal weg sein definitiv insel sage ich immer noch nö löscht sie selber ja ok das ist eigentlich relativ aufwendig 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 tatsächlich du könntest die auch einfach irgendwie privat stellen und die löschen dass du das dann irgendwann äh zeigen kannst aber muss man ja jetzt nicht das ist ja jetzt nicht dass man die live streams irgendwie ne weißt du schon ich baue auch tatsächlich sehr gerne also bei minecraft ich baue tatsächlich sehr gerne das ist nicht aufwendig auch so wenn du natürlich es kommt auch immer darauf an wie viel wieviel streams ok ich will hier noch ein bisschen was platzieren weil ich habe hier noch gar kein tt platziert ja bis dahin reicht vorher jetzt nicht so viel platzieren das reicht ja und ich werde den stream nur ein bisschen kurz halten jetzt weil ich auch noch offscreen mega viel machen würde das ist auch nicht so spannend aber ich stelle ja gerade fragen und so weiter dann ist das eigentlich ganz unterhaltend aber so generell jetzt ist das jetzt nicht das spannendste tnt füllen in die inseln das ist jetzt auch nicht das spannendste wirklich muss ich zugeben deswegen naja das ist schon gut dass du gerade reingekommen bist an der jester weil sonst wäre der stream wahrscheinlich bock langweilig nein dann wäre der stream wahrscheinlich langweiliger oh krass ein Lama ein Lama nicht Alpaka ja sonst wäre der stream wahrscheinlich langweilig ähm also ist das sogar ganz gut so gucken wir mal weiter wo können wir denn noch irgendwie tnt äh Redstone rüberleiten vielleicht von hier noch irgendwie oder ja keine Ahnung zock jetzt nicht mehr ja ok hast keinen Bock mehr glaube ich kann sein so gehen wir dann hier weiter ja ne wir können dann hier so weiter das wird wieder nix so Urteil auf Tag stellen so Dankeschön so dann passt das hier ja schon ganz gut also die Insel ist mehr oder weniger so eine Hauptinsel so würde ich einfach mal zu sagen weil die meisten Messerleitungen sind halt da außer ich hä was warum guckt niemand den Stream dein Stream außer ich ja die gucken ja alle später das mach ich ernst und ich werde auch irgendwie mal gucken ich mach ja auch diesen Minecraft Showdown weil man hat das im letzten Video gesehen äh im letzten Video von mir gesehen ich mach Minecraft Showdown da erklär ich das nochmal wieso ich Minecraft Showdown mache und die Livestreams die sammeln sich das ist mein Vorteil wenn die Livestreams sich sammeln dann ist der Vorteil da kann ich die alle in eine Playlist packen und dann kann man sich alle Livestreams auf einmal ansehen halt nicht alle auf einmal weil die schon recht lange sind obwohl ne meine Livestreams sind gar nicht so lange auf der Entkarte Chaos die sind die Livestreams aber länger also falls jemand Bock hat jetzt der das äh den Stream nach im Nachhinein im Nachhinein ansieht dann kann er ja auch im Zweitkanal vorbeischauen was ich in meinen Kanal Info verlinkt habe definitiv habe ich es da verlinkt wenn jetzt jemand sagt äh du hast den so nicht verlinkt äh ja da kann ich jetzt auch nichts dafür willst du wissen wie das geht hä was meinst du mit was äh mit was meinst du denn wie was geht hä was meinst du mit wie was geht also was meinst du mit äh wissen was was äh wollte ich denn wissen eigentlich hab da hast du kurz hallo hä ist der Stream gerade kurz abgebrochen ähm da muss ich Teil 1 und Teil 2 hinten später nochmal dran sitzen und die Kommentare sind noch lol bei dir sieht man das nicht lol bei dir sieht man das nicht hä wie ähm ach so weil es gecrasht ist der Stream ist ganz kurz gecrasht ich realisiere das ja erst jetzt hallo der Stream ist gerade kurz gecrasht what the fuck ich glaube ich hatte für eine kurze Zeit irgendwie kein Internet mehr what the fuck ich frag mich ja eigentlich warum also manchmal kommt es einfach irgendwie zu einem Crash das ist da nicht ganz sicher deswegen stream ich auch nicht irgendwie pro Woche genau deswegen genau deswegen stream ich auch nicht mal pro Woche irgendwie der Stream ja ich weiß der ist gerade kurz abgebrochen ähm aber ich hoffe jetzt läuft der wieder relativ gut naja wir waren gerade bei 21 Minuten so kann ich mir das merken damit äh ich den Stream jetzt nicht so krass in die Länge ziehe weil wir kriegen ich krieg gleich auch noch Besucher auf jeden Fall deswegen sollte ich den Stream jetzt nicht mehr so lang machen ich will ja nicht streamen wenn irgendjemand da ist weil das ist dann irgendwie ein bisschen naja wenn ihr wenn eine Person zu dir zu Besuch kommt und die nicht gerade nebenan wohnt dann sollte man nicht weiter streamen sondern man sollte dann lieber sich um die Person kümmern was ich ja dann auch auf jeden Fall machen werde weil das also ich meine mit kann man jetzt halt ein bisschen was äh machen für die Person und dann könnte man eventuell später nochmal weiter streamen aber ne man soll es schon ne ganz kurz kümmern weil das ist ja dann echt unhöflich wenn du einfach nichts sagst ich sehe in Höhle ne einfach nichts sagst und ne deswegen eher gleich den Stream abbrechen als zu spät ah ja und vielleicht falls jetzt gerade im Moment irgendwie random bei mir ist jetzt gleich irgendwie random bei mir klingelt dann beende ich den Stream einfach also der Stream könnte jetzt jeden Moment eigentlich hab heute neues Video hochgeladen ich glaub das hab ich sogar gesehen mit diesem Server äh mit dem Supporter also bin hier schon äh aktiver Zuschauer auf jeden Fall schon aktiver Zuschauer mal gucken Supporter verarsche ja genau du hast geschrieben in der Ecke er ganz witzig eigentlich aber wieso filmst du dann mit deinem Handy und also mit deinem Handy mit der Kamera wieso filmst du das dann ja das wieder eher genau äh wieso filmst du das dann nicht mit einfach mit einem Aufnahmeprogramm auf deinem PC hier frage ich mich also das frage ich mich gerade wirklich das wieso du das nicht mit deinem PC irgendwie aufgenommen hast hast du ein PC Aufnahmeprogramm hast du oder hast du nicht weil Baum ja genau ja macht Spaß einfach weil Baum kann ich jetzt auch nichts machen und weil der Stream abgebrochen ist kann ich jetzt auch nichts machen sondern ich kann nur weiter streamen jetzt auf einmal also einfach nur ganz schnell weiter streamen wenn das Stream ganz kurz anbricht Leute ich hab ja auch nur ganz gut äh später Alter mein mein Spiel wird so crashen ich sag's dir mein Spiel wird so heftig crashen es ist unglaublich mein Spiel wird so heftig crashen selbst bei so ner Masse crash das Spiel schon ne ne ok bei so ner Masse vielleicht nicht aber bei schon etwas viel crash crash das Ding PC ist zu schlecht aber hab äh hab eins also achso ja ok wenn du wenn du ein Aufnahmeprogramm hast dann immerhin ist gut ich mein ja immerhin du hast eins k ah und der PC ist schlecht man könnte es vielleicht so machen ja ok geht nicht es gibt ja auch diese kleinen diese kleinen Rechnerboxen oder so die man ja auch mit dem PC äh verbinden kann also so ne so ne Box einfach die beim äh Rechner hilft also bei dem PC zum Beispiel das hilft dann einfach dass dein PC bisschen schneller ist das hilft dann einfach also dann ist dein PC einfach schneller damit das gibt's ja es gibt ja so bestimmt irgend sowas äh ja ich kenn sowas das gab's auf jeden Fall ja deswegen ja ich weiß aber ich sag ja nur es gibt auf jeden Fall sowas wo du das an deinem PC anschließt und das dann schneller wird dein PC das gibt ja nicht sowas man kann sich das ist glaube ich auch nicht so krass krass teuer jetzt also das wird jetzt nicht über 500 Euro kosten also schon unter 500 Euro wird das also das ist 500 Euro ist extrem viel nur ich mein es würde jetzt nicht über 500 Euro kosten also ich mein ja nur äh unter vielleicht irgendwas unter irgendwas vielleicht mit äh 100 Euro oder so keine Ahnung irgendwas mit 120 Euro oder irgendwas wird es schon kosten irgendwas in die Richtung wird das schon sein ja diese kleine Insel ist auf jeden Fall weg das weiß ich das wäre cool wenn man das äh kannst du ja kannst du das kann man ja das kann man ja kannst dein Handy mit deinem PC verbinden du brauchst nur halt dein ähm hast du Android ich denke du hast Android also mit Android ähm dass du dann äh halt das mit deinem Ladegerät wenn du das hast dass du das äh mit dem USB äh Stecker da einfach verbindest also mit dem wenn du hab ich auch schon öfters gemacht wenn du dein Handy nimmst du hast ja dieses Ladekabel du steckst es an deinem Handy an und das hat ja so eine Endung ne also dass diese Endung dann an äh hoffentlich ist das nur USB äh äh Endung weil sonst funktioniert das nicht es muss nur USB Endung sein also so ein End-USB Teil und dann kannst du damit halt eben dein Handy mit dem Ding verbinden da kannst du einfach mit dem Handy schneiden die da da hier rüber bringen und so dann eben hochladen oder sowas aus dem hab Android ja ha ha hätte ich mir schon gedacht dass du Android hast ha ha hätte ich mir schon ha 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 hi ha hi ha hi okay hab ich mir schon gedacht dass du das gemacht hast weil ich hab da so ha ha gestottert deswegen ha ha deswegen ja also diese Insel ist weg diese Insel ist auch schon weg die die das da hinten ist auf jeden Fall auch schon weg und das hier ist auch schon weg also von daher ziemlich guter Fortschritt ziemlich guter Fortschritt ja man kann das übrigens verbinden du kannst einfach du kannst es einfach verbinden das geht halt okay aber nimmt man dann mit Handy auf okay das habe ich jetzt noch nicht probiert aber ich also wenn du dann da ein Aufnahmeprogramm startest dann nimmst du glaube ich sogar echt mit dem Handy auf also wenn du ähm wenn du jetzt zum Beispiel du man sieht den Bildschirm ja immer noch du kannst ja immer noch dein Aufnehmen schneiden und so weiter das mit dem ähm PC zum Beispiel verbinden einfach das geht ja du kannst dann einfach dir die Datei rüberbringen aber du musst halt davor auf dem Handy aufnehmen wenn du mit dem Handy aufnimmst dann kannst du einfach die Datei rüber schieben oder so du kannst das ja immer noch mit dem Handy schneiden das sollte funktionieren und wenn du dein PC an dein Handy verbindest dann hast du ja automatisch mehr Speicherplatz weil das ja mit dem PC verbunden dann kannst du deine Sachen auch da lagern und ich hoffe dein PC hat jetzt nicht 3 GB oder so ich hoffe ich mal weil sonst kannst du das nicht machen ich hoffe mal zumindest 3 GB oder mehr Speicherplatz aber am Handy das Aufnahmeprogramm oder? ne ist egal obwohl doch schon ja ja doch schon also doch schon also ja schon das Aufnahmeprogramm ne Handy du kannst jetzt aber nicht dieses Handy nehmen und dann dein Bildschirm von deinem PC äh Dingern das geht nicht das kann man nicht ich mein nur das mit dem Schneiden das kannst du halt aber du kannst nicht äh irgendwie jetzt auf dem Handy dieses Spiel auf dem PC Spiel spielen und dann eben dadurch das auf dem PC Bildschirm da aufnehmen das geht nicht weil das ist ja der geteilt das ist ja der Bildschirm ist ja nicht irgendwie zusammen verbunden oder so das sollte dann geklärt sein ach so meinte ich das ach so ja ok da also das hat immerhin weißt du jetzt wie du schneidest und so weiter immerhin konnte ich dir da ein bisschen helfen ja du meinst das dass du nein das geht nicht das geht das geht leider nicht aber schneiden kannst du dann nur mit verbinden halt aber das das ist ja dieses Lama das bräuch等等 so 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 Lüge die Nüster auf jeden Fall gesprengt okay ich hoffe wirklich das funktioniert mit Minecraft Schaudern 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 die Verbreitung ist nämlich ja das hier genau das was ich hier gerade mache okay wir sind jetzt schon bei den 30 Minuten Marke angekommen also mit dem vorherigen Stream also der ist hier ganz kurz abgebrochen und dann musste ich den ja neu starten und deswegen ich trinke mich hier ganz kurz so erstmal so ein trauriges Face Stream Crash Stream Crash vielleicht ich dachte ganz kurz Stream Crash soll ich gehen? ne kein Problem musst du nicht nur wenn du willst du kannst eigentlich gehen wenn du willst aber ich habe kein Problem dass du bleibst naja das sagen sie immer alle das sagen sie alle ne also jetzt habe ich habe kein Problem ich habe kein Problem mit Chester ah ja wieso hast du eigentlich dieses TM da hinten bei den Namen dran das war noch eine Frage wieso hast du ein TM dran da hinten also dieses TM hm ähm ähm warum benutzt du nicht mein Intro ich habe gar kein Intro ich benutze im Moment kein Intro ich kann auch ein Intro benutzen aber das ist ja immer wieder doof das aufzunehmen und das nicht in mein äh ja ich weiß ich weiß ich würde das auch gerne benutzen nur ich will das schon als Datei haben checkst du was ich meine? ich will das schon als Datei haben dass ich boah habt ihr diesen hast du diesen Fehler gesehen? dass ich hier das so machen musste weil ich will die Datei ich will diese Videodatei schon haben und ich will nicht nur diese dieses äh diesen Intro immer wieder abziehen ja hast du gecheckt? hab doch da hab dich ja ja ich weiß ich weiß ich weiß dass du mir ein Intro gemacht hast das Intro ist schon ziemlich geil ich würde es auch gerne nehmen nur wie gesagt ich will das Intro als Videodatei haben damit das einfach besser ist ja kann man jetzt auch nichts machen ist generell jetzt äh auch egal man kann das ja nicht einfach hier jetzt per Videodatei bei YouTube schicken wäre aber geil tatsächlich aber geht halt nicht keine Ahnung wo das geht dass man sowas schicken kann äh jetzt werden gleich schon die ersten kommen äh man kann doch bei äh wie hieß diese App nochmal? wie hieß diese App nochmal? wo man das machen kann? hab das am Handy gemacht mit äh ja ok ich weiß mit Kinder mit hä ja ok dank schon dass ich das immerhin machen kann selber dann jetzt später ich muss auf jeden Fall noch einen Kanal Trailer machen weißt du was mein? ein Kanal Trailer du hast auch keinen Kanal Trailer ich will mal später mal einen Kanal Trailer machen das werde ich auf jeden Fall auch noch machen das werde ich auf jeden Fall auch noch machen ich werde äh so vieles noch auf meinen Kanal machen aber ich muss erstmal ein bisschen was äh aufgebaut kriegen auf meine auf meine auf meine auf meine auf den Kanal hier ich muss noch ein bisschen was aufgebaut kriegen dann bin ich eigentlich schon ready Spaghetti ja warte kann ich das so klären die jipp muss ich einfach so machen ahja das ging übrigens dass wenn du bei äh Skype dass wenn du da kannst YouTube Videos herunterladen Converter Converter ist das eine App oder so? ich meine ich kenne mich da jetzt nicht aus deswegen man kann ja bei äh zum Beispiel ich sag mal jetzt Skype kann man ähm einfach äh Videos und so weiter schicken ohne die Nummer abzugeben also das ist eine Möglichkeit die ich jetzt einfach mal so sage ich meine ja nur ich meine nur dass es äh da auf Skype geht ich meine nur der Name ist genau mp3 Converter ach so ich guck mal heute rein ich guck mal heute ein bisschen was rein ich mach noch den 4 5 Minuten dann passt das dann haben wir die 40 Minuten länger erreicht was reicht würde ich sagen oder was reicht reicht jetzt? Chester? What? oh ne Chester äh du musst äh ich hab kein Skype ich weiß das ist kein Skype raus ich hab auch kein Skype ich hab auch kein Skype ich hab auch kein Skype ich meine ja nur das geht halt bei Skype dass du ohne Nummer äh einfach die äh Dinge schicken kannst sind ja jetzt ein bisschen TNT platzieren dann haben wir's und rund rund an hälster freust du dich schon auf die Explosionen Die Explosion wird auf jeden Fall krass. Du musst Internet gehen. MP3-Converter, okay. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal danach. Okay, die Insel sollte definitiv weg sein, oder? Oder sollte die Insel wechseln? Keine Ahnung. Okay, ich muss den Streamlist gleich beenden, Junge. Ich muss voll auf Toilette. Ich freue mich mega. Ja, du freust dich mega. Okay, gut. Weil die Explosion wird krass, die Explosion wird krass. Ich werde auch Musik dahinter packen und so. Und das Video wird generell geil, würde ich mal so sagen. Mal gucken, ob es echt gut wird, dieses Video. Den Stream könnte ich jetzt gleich auch schon beenden. Ich denke, der ist schon lang genug, oder? Mal mit dem ersten Teil vom Stream, der ja gecrashed ist, kann ich das da verbinden, dann ist das einfach fit. Du musst einfach in den Chrome gehen und dann einfach Konverter eingeben. Ja, okay, das passt dann schon. Okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Es ist bei sowas, crasht schon das Spiel. Das ist ganz normal. Und dieses Wetter regt mich hier ein bisschen auf. In real life nicht. Ich mag die Regen, das chillt einfach mein Leben ab. Muss ich zugeben. So. Muss man dafür jetzt unbedingt Chrome einsetzen oder nicht? Ich glaube, man muss einfach kein, äh, unbedingt nicht, nicht unbedingt Chrome einsetzen. Okay, die Insel ist ganz schön geschmückt. Und hier oben das Dorf. Das ist immer so dumm. Wenn es regnet. Checkst du in Minecraft, wenn es hier regnet, dann ist hier unten Regen. Und wenn du ein paar Treppen hoch gehst, ist hier oben Schnee. Also hier oben schneit es und unten regnet es. Diese Logik von Minecraft. Diese Logik. Ich meine, ja klar, irgendwo ist es ja auch logisch, dass du, wenn du höher oben bist, dass die Kälte ja irgendwie oben höher ist, die Kälte und unten mehr so die Wärme ist wegen Erdkernen und... Fuck, Alter. Mein ganzes System hier ist abgebrochen. Kacke. Und den Link kopieren, du musst das Tutorialgum, wo du Chrome haben. Ja, okay. Okay, dann mach ich das einfach... Dann mach ich das Intro einfach selber. Du hast mir ja gesagt, wie man das macht. Also zumindestens den Ding. Okay, ich muss jetzt den Stream beenden, leider. Äh, Leicester, du kannst eigentlich... Hast du Zeit für den Stream? Ich könnte da vorbeischauen heute gleich noch. Ich könnte da gleich vorbeischauen für den Stream. Alter, wir haben 70 Nachrichten. Krass. Krass, krass. 70 Nachrichten ist krass. 70 Nachrichten sind echt 71 Nachrichten. Sorry. Weil ist ein bisschen komplizierter. Ach so. Du musst klopfen, du musst klopfen. Ah ja, kann ich verstehen. Ja, okay. Ich muss jetzt eigentlich den Stream beenden. Ich hab keine Zeit für das Stream. Ja, okay. Ähm. Nein, ich muss den Stream jetzt beenden. Sorry. Der Stream ging noch ein bisschen jetzt. Ein bisschen lang. Geht so. Ich hab vorproduziert, Leute. Ich hab jetzt vorproduziert. Und ich werde auch, ähm, meine Videos hochladen. Heute vielleicht kommt auch noch ein Video. Nein, heute kommt, glaub ich, kein Video mehr. Das ist jetzt der einmalige Stream hier. Morgen kommt ein Video. Und übermorgen ganz vielleicht. Und morgen auch eigentlich. Morgen ist auch eigentlich vielleicht. Also werde ich heute vielleicht noch ein Video aufnehmen. Und schnell hochladen. Und da kommt morgen keins. Und übermorgen kommt auch keins. War cool, das Team. Stream. Ja, ist echt so. Der Stream war ganz chillig und geil. Würde ich mal sagen. Also, wir haben viel geschafft. Wir haben ein paar Inseln schon mit TNT verbunden. Und wir sagen, haut rein. Und wer findet meinen Kanal bei Nageil? Schreibt's in die Chat-Kommentare. Ciao.